Und mit dieser Lektion starten wir die neue Folge, beziehungsweise die Lektion war am Ende der letzten Folge und jetzt starten wir die neue. Ja, für alle die die Lektion nicht mehr mitbekommen haben, weil sie irgendwie nur noch da waren, nicht anwesend. Die Lektion war folgende, man kommt nach Megaton, um Brahmin rumzuschubsen. Ja genau, habt richtig gehört. Weil man kann ja ein Brahmin umschubsen. Das ist ein schöner Arm. Egal. Munition, Kronkorken, Vorkriegsgeld. Kronkorken. Was noch? Nichts. Ich hätte eine Pause machen sollen. Verdammt. Ist mir gerade eingefallen. Ich könnte natürlich jetzt noch eine machen und müsste es dann alles schneiden. Ich glaube, das mache ich auch gleich. Gleich nachdem ich hier dieses Haus zu Ende habe. Vorkriegsgeld, Nuka Cola, Sunset, Sasbrilla. Kronkorken. Bestimmt habe ich eh schon was übersehen und zwar das, wofür wir überhaupt hierher gekommen sind. Also, dieses Upgrade für die Becken, Boden, Gedöns, ne fürs Becken, genau. Jetzt kam ich gerade, hä, menschliche Anatomie, was hat das damit zu tun? Äh, nein. Ja, ich war gerade verwirrt. Tut mir leid. Tut mir leid. Cosmic Knife. Stay sharp. Will last a lifetime. So. So. Die Sache ist genau da. Das habe ich gewusst. Ja. Das habe ich gewusst. So, Leute. Wie gesagt, kleine Pause. Also, ihr werdet es nicht merken, aber ich halt. So. Ähm. Wisst ihr was? Fuck you. Komm her. Du kriegst mich nicht so leicht. Dich schlage ich jetzt nieder. Komm her, du. So. Kein Bock mehr auf dich. Nein. Einfach nur nein. Danke. Danke. Ah, ich kann mich entsinnen, warte mal. Ich brauchte 20 bei Überleben für irgendwas. Das weiß ich noch. Mehr weiß ich dann nicht mehr. Aber die Frage. Muss ich denn mehr wissen? Christine Schallgedämpfte Scharfschützengewehr. Tödlich. Wenn es trifft. Aber gut, ja. Ein Scharfschütze sollte treffen. Und da werde ich sofort hingehen, weil die Wall. Oh, cool. Naja, nicht sofort. Also, da werde ich auf jeden Fall hingehen, weil, ähm, der hat den Superhammer. Und sagen wir es so, Superhammer ist verdammt viel wert. Die Sache ist nur, wir vermüllen uns gerade. Sehe ich. Das ist uncool. Ich will mich nicht vermüllen eigentlich. Wo ich... Doch den Superhammer eigentlich nehmen will. Verdammt. Ich brauche ja hier schon ein ganzes Magazin für so einen Typen. Scheiße. Nehme ich selber und... ...in der Hoffnung, damit besser zu treffen. Beziehungsweise auch irgendwie Damage reinzuhauen. Nö. Okay. Ich nehme mein Scharfschützengewehr wieder. Damit treffe ich auf jeden Fall schon mal mehr. So, die Frage ist... What the fuck? Hast du gerade seinen Kopf nach mir geschossen? Hast du gerade wirklich seinen Kopf nach mir geschossen? Ah, das sollst du doch nicht. Ne, du hast... Ja, okay. Du hast mit seinem Plasmagewehr nach mir geworfen. Von mir aus. Ähm. Mach wie du denkst, ne? Oh Gott. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Ich glaube, wir nehmen mal die... ...Dings nicht mit. Die... Äh, Superhammer. Aber weil wir es halt nicht tragen können. Somit bringt es uns auch nichts. Die Mikrofusionszellen nehmen wir aber mit, weil die uns wirklich was bringen. Das ist schade. Die wiegen... ...so viel, aber sind halt so... ...so, so... ...verdammt gut. Das tut weh. Das tut weh, sich hier zu lassen. Wiegen Sie... Wie viel, wie viel wiegt so eine... ...zwanzig. Verdammt. Wenn ich jetzt einen repariere, wie viel ist der dann wert? 4.000. 4.000. Weg damit. Äh. Verdammt. Weg mit den Granaten. Dann noch vielleicht zwei, drei Sachen essen. Obwohl, ich trinke einfach zwei. Und kann dann zum Becken. Wo ich ja eh hin muss. Ich muss ja jetzt alles installieren, ne? So. Wichtig ist aber, dass ich jetzt, äh, ein paar Dinge kaufen kann. Beziehungsweise verkaufen kann. Und zwar... Eie... Na. Faust. Superhammer. Uh, schon so viel Geld. Genau, die wollte ich noch wegpacken. Ähm. Stange Zigaretten. Vorkriegsgelder. Flammenbrennstoff. Elektronenakkus. 9 Millimeter. Ja, ich glaub, das reicht. So, jetzt sind wir wieder... ...mal wenigstens nicht vollständig. Ähm. Vollständig pleite. Was mich mal interessiert. Welche Munition nehmen die nochmal? Zwölfer. Okay. Weg damit. Und weg mit der 21. Und der 10 Millimeter. Davon können wir auch irgendwie so viel nur noch gebrauchen. So. Dass sie nicht einfach Kommunisten sind. Sie sind Foyere. So, was willst du? Erweiterungsholoband erhalten. Erweitern auf Teile, Produktion, Funktion. Versorgung mit Energiezellen, Mikrofusionszellen und Elektroschrott einmal pro Tag täglich verfügbar. Oh, bitte, bitte sag mir, dass du mir ein paar Kaffee-Tassen mitgebracht hast. Hast du irgendwelche elektronischen Komponenten hergestellt? Ja. Bitte sehr. Oh, cool. Na klar. Elektroschrott kann ich verkaufen. Weil brauche ich nicht. Lichtschalter. Erweiterungsholoband erhalten. Erweitern auf Stimmungsdichter-Funktion. Zwei Charisma, fünf reparieren, fünf Wissenschaft für drei Stunden nach erster Bestrahlung. Hallo nochmal, Schätzchen. Na, ich will die Lichter an. Obwohl, kannst du die Lichter für mich anmachen? Darauf können Sie wetten. Oh. Ein Rotlichtmilieu. Was? Nein, das habe ich nie gesagt. Erweiterungsholoband erhalten. Erweitern auf intelligente Lichter-Funktion. Plus zwei Intelligenz, fünf reparieren, fünf Wissenschaft, blablabla. Wie kann ich sie erleuchten? Kannst du diese Lichter? Im Gegensatz zu anderen Lichtschaltern bin ich kompetent. Ich schalte sehr gern das Licht für Sie ein. Das ist grün. Okay. So, Buchklappe. Upgrade-Holoband erhalten. Sekundärmaterial mulchen. Funktion wird verbessert. Bleistifte und Klemmbretter werden zu Bleiersatzteilen und Klebeband verarbeitet. Grüße, Bürger. Bereit, aufrührerisches Material zu erhalten. Im Moment nichts. Auf Wiedersehen. Bleiben Sie loyal, Bürger. Natürlich. Was sonst? So, und als letztes noch das Becken. Erweiterungsholoband erhalten. Erweitern auf Wasseraufbereitung. Funktion leere Flaschen werden gegen Flaschen mit aufbereitetem Wasser ausgetauscht. Unter uns gesagt. Ich halte die zentrale Intelligenzeinheit für ein wenig hochnäsig. Ich bin nur hier, um ein paar dieser leeren Flaschen aufzufüllen. Dazu brauchen Sie zunächst einmal ein paar leere Behältnisse. Flaschen zum Beispiel. Nur allzu schmutzig sollten Sie nicht sein. Ja? Okay. Wir reden später. Kommen Sie jederzeit wieder, wenn Sie Durst haben oder sich waschen wollen. So, damit haben wir eine Aufgabe erledigt. Leute beeinflussen. Hattet ihr ja auf zu schnarchen da hinten. Ich würde jetzt... Feldforschung. X-Village. Finden Sie alle Audioproben für die Jukebox. Na gut, dann fangen wir das noch an. Ich hätte halt jetzt, ehrlich gesagt, gerne einfach, ähm, wow. Wow, uncool, uncool, uncool. Ich habe keine Ahnung, was, wie, wo, was. Ähm, ich hätte jetzt gerne einen Cut gemacht, einfach so. Aber stört mich jetzt nicht, ne? So, ich will hier rein. Nach 0, 0. So.